Tor! Ralf Etztröm! Schwarzenbeck hatte das Kopfballduell zunächst zweimal gewonnen, zu kurz abgewehrt und Etztröm im Direktschuss. Sein drittes Tor für die Schweden. Hier aber steht es 1 zu 0 in der 26. Spielminute. Etztröm! Ein glücklicher Treffer und die Zuschauer reagieren genau richtig. Das, was die Mannschaft verdient hat, Trainer Eriksson der Schwede. Das, was die Mannschaft verdient hat, das fordert sie jetzt heraus. Sie macht ihr den Rücken stark.